Oder Tobi macht ne kurze Anleitung Weiß nicht Leichtfüßig ich liebe dich Alter ich hab noch gar nichts ne Keinen scheiß Booster Ich will meine Booster Das ist ja schon losgerannt Stärkere Feinde, kein Radio, Ratten sammeln, limitierte Infos, keine Items bei der Prüfung Keine Items Das heißt wir finden nichts, keine Heilung, gar nichts Doch Was ist das, ist das für mich, Liebchen? Das hab ich hingelegt für Jojo Am besten nimmt Jojo das Was? Ja Sorry Es gibt keine Items, Piepen stand da Was soll Jojo nehmen? Die Hildverband, der da liegt Der Hildverband, der da liegt Ach da Und was hab ich in meiner Tasche? Richtig, drei Werfwerkzeuge und ne große Batterie Ich hab zwei Spritzen Gott sei Dank hat Daniel Heilung das Geld war Gott sei Dank hab ich auch noch Spritzen mitgenommen, falls jemand stirbt Und dann auch noch den Scheiß mit den Kindern, Alter Komm durch Ach Spritzen gibts? Warum nehm ich die überhaupt mit? Weil wir irgendwann mal das Problem hatten, dass wir nicht genug kaufen Oh ne gedoppte Retter Oh ne gedoppte Retter Oh, das ist ja fies Vielleicht sollte ich mich jetzt mal auf Kinder finden Achso, Maria ist schon hier Okay, sorry Hast du schon die Kraft getrennt? Okay, und jetzt muss ich Ach, ist das das Kind von vorne? Ich hab auch einen geblieben Es ist das Kind von vorne gewesen Ja, alles gut Müssen wir ja auch machen Je später wir den rausbringen Die rausbringen, desto später kommt der große Ja Wenn er dann kommt Ich hab gerade oben eins entriegelt Ich hab eins listat, eins Du hast eins Dann könnten wir theoretisch alle unsere Kinder zusammen Wenn der Fahrstuhl doch nicht aufgehen würde Perfekt Ich hab richtig auf die Fresse gekriegt von da ein Okay Hab mein Kind Found it Daniel, du? Ich muss mich verstecken Aber ich glaube, ich bin kurz davor Ich bin jetzt in der letzten Ecke Also ich brauch' ein bisschen Hast du dein Kind entriegelt? Ich ja Ich mein's auch Also Juju und ich sind beide schon unten Der große ist schon da Ein falscher Konsequo, das kann Das hat mir gefehlt Sollen wir die Kinder schon abgeben? Ja Oh Gott He saw me Au Mein Kind liegt da irgendwo rum Wow Wenn du schon wirst, ich kann nochmal betäuben Kann eigentlich auch betäuben Oh Stimmt Man bin ich langsam I don't have anything to confess Fake Alleiner mit Er kommt zu dir, Juju Was ist er denn da? Ich hab's auch gleich geschafft, Daniel Oh Er kommt zu euch Er geht raus Oh Gott Ich wollte gerade sagen, das war ein bisschen Das ist nur extrem Ja So, dann kann ich ihn gleich betäuben, wenn ich ihn sehe Dann können wir alle Kinder reintun Dann kann ich einmal alle vollheilen Ja Halt's Maul Scheiß Kind Oh, da hinten ist er ja schon Jetzt rennen, 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 los, los Ich kann nicht steller rennen Aber ich kann es selber nochmal betäuben Ja, wo er so hat Hab's Geh auf, 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 geh auf Der Deckel kommt Jetzt muss es aufgehen, ich hab nichts mehr Ich kann Spritzen werfen Geil Geil noch Ich hätte gern noch die vier Ratten gesucht Scheiße, okay Waren das nur noch vier? Ja Ja Zwei, hä, vier? Zwei hab ich gefunden Ich hab eine gefunden Vier hätten wir noch finden müssen Ach, zehn insgesamt Japp Ich hab gar keine Hat sich dann Energy aufgemacht? Ah Ich nicht Erstmal noch einen Radler holen Ich hab Elektroboost, ja? Für meinen Betäuben Wegen eurer Badui Vielleicht, ich vergesse das eh wieder, dass ich das habe Maybe Aber jetzt, wo wir gefühlt alle nichts mehr haben in der Tau Außer drei Spritzen Dann bitte hier mal einen Spritzer Kannst du da einmal liegen? Aber ich hab Angst, dass du nicht an den Ausgangspunkt zurückkehrt Dann hab ich sie Ich hab mich ums nächste gelegt Kommt drauf an, wie viele Inventarslots wir jetzt haben Wenn wir nur einen oder zwei haben Ist so eine Spritze ein bisschen hinter dem Oh, Dani hat uns nicht mal geheilt Doch Doch, du warst nicht da Nein, Jojo hat bei mir nur einen Balken Bei mir auch Böser Trip, keine Wiederbelebung Keine Items in der Prüfung Was? Jetzt ist aber langsam mal gut Ich hab Spritzen, dass ich sterbe Bei mir liegen drei Spritzen Komm her Gib mir eine Ja, du kannst mir auch eine geben Ach, keine Wiederbelebung Achso Es gibt keine Wiederbelebung Es gibt keine Spritzen, die wir finden können Achso Aber wir haben noch Spritzen Ja, ja So, ich dachte, das zählt Oh mein Gott Ich hab was Gutes mitgenommen Aber schon wieder keine Gegenstände Das ist richtig für ein Ass Sorry Und Böser Trip Ja Achso Ich hätte gern Und dann auch noch das mit der Säure, ne? Ich könnte kurz Ich hätte gern Batterie Ja, ich auch Eine in der Evidenz und eine in der Library Welche Evidenz? Es gibt drei Vier Okay, hier Okay, dann Aber müssen wir nicht erst Du musst in den Main Courtroom piepen Und ich geh dann zu den Evidenzen Oder auch nicht Hier geht's nicht mal lang Voll umsonst auch genug Me is going with my wire Ist die Tür hinter, die wieder zu kommt? Nein Aber die war zu? Hab ich aber nicht Das Problem ist ja Ich glaube, wir müssten Hier lang Lauf ich richtig? Ja, oder? Ich hab Angst, in eine Dings zu kommen Da ist er Ja Dann geh ich zu Jojo Hier kommt einer Dann geh ich nicht zu Jojo Warte Okay Alles gut Sie ist aber nicht bei uns Ja Gut, dann geh ich jetzt zu Jojo Ja, mach das Weil sicherlich Die Säure Auch hinter einer Co-op-Tür ist Also Hallo Jojo Hi Da Hinten lang ist ja krass War jetzt die Frage, wie kamen wir denn da rein nochmal? Ist das Die Tore gehen zu Jojo Die Tore gehen zu Jojo Du musst jetzt kommen Also Hä? Okay Warte Wenn das Geräusch kommt, gehen die Tore zu Ja, manche auf und manche zu Ja Oh, ich dachte, die hier geht auch Aufgegangen Achso, ich bin Perfekt Die ist aufgegangen Das war dumm Ist okay Ich dachte, es wäre Giftgas und hab mich versteckt Ich bin schlau Das ist ja das gleiche Geräusch auf Daniel, muss ich zu dir in die Richtung? Äh, ja Ich bin in der Säure Ah ja, sie ist Ich bin nämlich hier sehr safe Ist der Polizist schon da? Ich bin gerade gegangen Da liegen Evidenten Aber ich bin mir unsicher Ja Ich hab dir Evidenten angepingt Jojo Evidenzen Sackgasse Gut Willkommen Aber ich weiß nicht mal, wie ich zu dir kommen soll Ja, wir sind auf Auf der falschen Seite der Keine Ahnung Kann das Torma bitte wieder aufgehen? Das kann dauern Naja Und es heißt auch nicht automatisch, dass das Richtige aufgeht Aber ich hab das Richtige gefunden Den richtigen Eingang Oh mein Gott Wenn man Zürfeil nimmt her Willkommen am Batterie Was? Ja Ich hörte dann sagen, er ist da gerade gleich da neben dir Ja Ich hab nur die Batterie geklaut Die komme ich zu machen, ja Ah Ich hab Ah Das ist nicht mal die richtige hungrige Katze Achtung Geil Ne Oh Hier gehen irgendwo Tore auf und ich falle Das Tor war's nicht Das Tor war's Das Tor war's Das Tor war's Das Tor war's Ich bin irgendwo da, Mario Oh mein Gott, ich bin beim Psycho-Hosenmann Und der Psycho-Hosenmann ist weg In Richtung Maria Hi Guck mal, hi Komm ich da bei dir lang, guck mal, ob ich da lang komme Äh Wir sind dann vielleicht hier lang Also hier kommt die nicht lang Achtung, da kommt ein Vetter Maria, du kannst hier lang Ist okay Wie hin Bei uns geht's nicht lang Oh Daniel Komm ich, 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 komm Und dann kannst du hier so lang gehen Jetzt muss ich irgendwo die Evidenzen finden, die du mir vor 20 Jahren markiert hast Ähm Das wird schwierig, weil da ist das Tor zugegangen und die anderen Tore hier gehen auch zu Das heißt, du solltest lieber mitkommen, bevor du den Ausgang nicht mehr findest On my way Liga So, und jetzt müssen wir In meinem Namen Da Da Manu Er kommt zurück Oh Da besammle ich noch Evidenzen, damit ich irgendwann mal alle Hintergrundgeschichten kennenlerne Echt, ich kann's auch Ich kann dir alle vorlesen, wenn du willst Ist alles zu, Alter Ich muss erstmal gucken, wo wir sind Das Tor Jetzt gehen wir mit dem Tor auf Das geht zu Das hier geht auf Bei mir Oh nein Die da hinten sind offen Die da hinten sind offen Die da vorne offen Maria Kommst du hier lang? Ich gucke Hi Hi Autsch Das war schlau Oh, jetzt bin ich auch Psychost Ich kann dir nur sagen Wir laufen im Kreis Ich bin tot Bye Danke Guck mal, ob das da hinten offen ist Nein, da geht was auf Nein, dann gehen wir in die andere Richtung Hier geht's noch nicht weiter, da ist alles zu, Alter Meine Fresse, hab ich mich erschrocken, so ne dumme Kacke Das hat mich abgeschrocken Nee Nee Wir kommen hier nirgendwo lang, wir laufen gefühlt die ganze Zeit im Kreis Kommt mal hier zum, ich bin glaube ich gleich bei euch in der Nähe hier, kommt mal zu mir Ja, wir müssen da Ja, wir müssen da Prost da, Jojo Prost da Ich glaube ich müsste jetzt mein Zimmer voll haben Oh mein Gott, Heilung Thank you Kannst du Psychosen heilen? Ja, denke ich ja Wo gehst du hin? Na, da lang, wo er hinmüßt Na, da lang, wo er hinmüßt Na lang, wo er hinmüßt Oh ne, Alter, dann verbrenne ich lieber Autsch Na ja Bis links oder rechts wahrscheinlich Ich gucke, ich weiß es nicht Welches Tor im Innenhof ist denn offen? Äh Rechts oder links? Rechts oder links? So schwer ist es nicht Recht Ich komm durch meinen Innenhof zurück Oh Hat er mich nicht gesehen? Nein, du Pinst dich aus Ja, versteck dich mal in dem Schrank hier Ja Also die jetzt reinkippen müssen wir ihn zurück Ich sehe halt nichts Da ist er Hä? Warum kann ich ihn nicht pinnen? Geh weg, Mann Kein Zeit für den Scheiß hier Wir sind ganz professionell am Handy Also wir können Maria nicht helfen, weil wir halt ausgesperrt wurden Alles gut, ich bin da Gut, pass auf, Huck dich hin, der kommt gleich Ich sehe nichts Ich sehe gar nichts Ich sehe auch gar nichts Alles gut Da ist zu Ui Brainstormen dann hier Library ist immer eine Scheißidee eigentlich Ach stimmt schon Da Oh Kacke Du bist gerade froh mit Daniel unterwegs zu sein Tschüss Wacht ihr es? Hallo Hallo Ja Perfekt Meine Vorrichtung wurde deaktiviert? Was? Oh, ich ziehe nass Oh, ne Zu Offen Oh, Evidenzen Du kannst hier zur Falle laufen Zu was? Zu der Falle hier im Innenhof Aber von da kamen wir, da ist alles zu Ne, ich habe doch Julia gerade rausgefahren Ja Hä? Sagt, wenn ich drücken kann Ich? Keine Ahnung wie ich hier hergekommen Ja, bin da, bin da Ah ok Und jetzt hat jemand gesehen? Da ist der Polizisten wochen Da ist er, wir haben wieder zeitgleich geworfen, ne? Alles Gute, ich hab eure malen Hey, du kannst es gar nicht Vielleicht müssten wir uns einfach mal ein bisschen, äh, abstrecken Kann ich nochmal voll heilen? Oh, ich bin jetzt schon drin Oh, ich bin jetzt schon drin Sorry Können wir jetzt bitte wieder Items finden, oder? Ist das Ist so Ja, das wird zu langsam knapp Ich habe auch keine mehr jetzt Ich glaube eine Psychosenspritze habe ich noch Ich bin jetzt schon drin Ich bin jetzt auch mal ein bisschen